hallo und willkommen zurück in ihren waldsruhe ich muss mich erst mal entschuldigen dass es keine videos gab da ich kaum zum aufnehmen gekommen bin werde dafür heute am samstag dieses video veröffentlichen ja und geplant ist diesmal ein feld und ein kleiner schuppen und dann später noch ein kleiner bauernhaus oder hof für die tiere was jetzt gemacht wird ist einfach hier diese bäume abholzen dann einen bienenstock zu bauen da ich eben noch kein behutsamkeit ausgebekommen habe hoffe das klappt dass man die mit den leisenden dann zum neuen in den stock machen kann dass das ding immer ziemlich laut geworden ich hoffe wir haben es genug binnenwaben für die binnenstrecke ich wüsste wo ich habe könnte reichen noch zäune und dann noch bemuste steinziegel ich habe mich der ton irgendwie ziemlich laut geboten was wollte ich jetzt wieder machen naja steinziegel sollte er in die pflanze nicht aus noch mit ja toll ja noch schnell zwei zäune jetzt haben wir erst mal alles okay Samen misst man noch, ach das hole ich später nein doch lieber nicht, sonst vergesse ich es wieder irgendwie so ich hoffe jetzt haben wir wirklich alles verdammt die Leine hmm Vielen Dank. 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 Ich hoffe, dass da nichts... Ja, ich habe noch nicht mehr drin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.